In diesem Training wollen wir uns einmal mit dem Equipment beschäftigen, das für eine Diagnose in einem CAN-Bus-System benötigt wird. Wir sehen hier jetzt den Adapter für eine Verbindung zwischen unserem CAN-Bus-System und einer Software, die wir auf unserem Laptop aufgespielt haben. Es ist ein digitales Zweikanalspeicher-Oszilloskop und hier sehen wir, wie die beiden Kanäle am CAN-Bus angeklemmt sind. Das Oszilloskop ist grundsätzlich ein Spannungsmessgerät, was die Spannung über der Zeit darstellt. Das heißt, wir haben zwei Achsen, einmal unsere X-Achse, das ist die Zeitachse. Die stelle ich übrigens hier oben über die Timebase ein und wir haben eine Y-Achse und die Y-Achse stelle ich hier über den Spannungsbereich ein. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Wenn wir jetzt zwei Millisekunden per Division darstellen, wir haben hier, wenn ihr das nachzählt, zehn Einheiten, also zehn mal zwei Millisekunden wären insgesamt 20 Millisekunden und ihr seht hier schon, das sind einige Datenpakete von unserem, in dem Fall übrigens ein Golf 5, die wir hier sehen und wenn ich jetzt den Messbereich kleiner wähle, also 200 Mikrosekunden, 100 Mikrosekunden, also 100 Mikrosekunden mal 10 sind 1000 Mikrosekunden, sprich eine Millisekunde ist hier insgesamt dargestellt und ihr seht, dann sehen wir hier, naja, so etwa ein Datenpaket. Man kann das hier auf dem CAN-Low einigermaßen sehen. Was man hier auch sieht, ist, dass im CAN-High dieses Datenpaket von diesem Steuergerät ab und zu fehlt. Das heißt, ein Steuergerät scheint hier abgeklemmt zu sein, beziehungsweise hier haben wir tatsächlich auch einen CAN-Bus-Fehler vorliegen. Das spielt allerdings in diesem Training hier noch keine Rolle. Interessant, hier in diesem Training mit Blick auf das Messgerät ist dann noch der Spannungsmessbereich und Messbereich und die Spannung kann ich für jeden Kanal einzeln regeln. Wir sind jetzt hier im Kanal B und ich wähle jetzt mal einen anderen Spannungsbereich, beispielsweise 5 Volt per Division. Wir sehen auch hier wieder die entsprechenden Einheiten. Ich mache mal die Zeitachse etwas größer, damit wir auch Signale sehen und man sieht sofort, aha, ich habe jetzt hier oben den Kanal B sichtbar gemacht mit 5 Volt per Division. Das heißt, ein Kästchen wären 5 Volt. Man kann hier unten erahnen, da steht es ja noch auf 2 Volt, wie ihr seht, dass wir hier bei unserem Golf eine CAN-Bus-Spannung haben, also ein Delta von insgesamt 4 Volt. Man kann also über diese beiden Schalter hier den Kanal frei wählen. Was man auch sehr schön machen kann, ist, man kann hier über die Ground-Einstellung kann man die Signale in der Y-Achse verschieben. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mal den CAN-High unter den CAN-Low gezogen, also man kann über die Ground-Taste das einstellen. Was man hier auch noch sieht, ist der Trigger. Das ist der Punkt, an dem praktisch ein stehendes Bild erzeugt wird. Wir stellen in unserem Fall eigentlich diesen Trigger auf den Automatikbetrieb und fahren damit recht gut. Wenn man den Trigger zum Beispiel auf A setzen würde, dann müsste man darauf achten, dass tatsächlich auch der Trigger in unserem Spannungsbereich sitzt. Jetzt ist gerade der Trigger in den Spannungsbereich reingerutscht und dann wird auch wieder ein stehendes Bild erzeugt, was wir sehen können. Also standardmäßig stellen wir den auf Auto. Dann haben wir noch eine sehr schöne Einstellmöglichkeit. Wir können nämlich die Signale noch vermessen. Wir sehen jetzt hier kann ich praktisch mein Delta hier messen. Wenn ihr hier unten einmal dieses Delta verfolgt, wenn ich jetzt hier oben an diesen Angreifer hier packe und dann im Grunde genommen das verschiebe, dann kann ich mir hier sehr genau das Delta ermitteln. Ihr seht also, die Canbus Spannung liegt bei etwa 4 Volt. Ich könnte das jetzt auch noch für den Kanal B machen, auch parallel sogar und stelle das mal ein. Diejenigen von euch, die sich schon mit dem Canbus auskennen, wissen, da kommt nichts anderes raus. Das Delta muss auch ungefähr bei 4 Volt liegen. Dann habe ich auch noch die Chance, die Zeiten zu messen. Dann gehe ich hier auf STRG X und kann dann im Grunde genommen hier, wenn ich ein stehendes Bild habe, macht das vor allen Dingen Sinn, mir auch noch ausmessen, wie lang ist denn hier so ein Datenpaket und in dem Fall haben wir jetzt hier eine Zeit von 720 Mikrosekunden gemessen. Gut, die Beschreibung passt jetzt hier zum DS1M12 von USB Instruments, aber die Oszilloskope sind alle sehr ähnlich, insbesondere in den Einstellbereichen. Ihr müsstet jetzt im Grunde genommen ein wenig üben mit diesem Oszilloskop, um die Einstellungsmöglichkeiten praktisch zu erforschen und dann geht das am besten, wenn man das auch in der Praxis macht.